Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Unboxing Sartox. Heute habe ich gleich zwei Spiele für euch, weil es einzeln einfach zu wenig Material wäre, sag ich jetzt mal. Und zwar einmal Call of Duty Advanced Warfare und einmal Sunset Overdrive. Habe ich in einem lokalen Shop gekauft, also nicht im Internet und da stand das jetzt Leerverpackung aus, deswegen ist die Folie schon entfernt und das Siegel auch. Und deswegen werde ich es einfach unter dem Oberbegriff Unboxing Schrägstich Unpacking machen. Ja, hier ist die Vorderseite, 100% Uncut steht hier drauf und hier haben wir die Rückseite mit dem Bonus der Day Zero Edition. Und hier gucke ich jetzt mal schnell, was da die DLCs sind, dass ich das nicht zeige. Das kann ich zeigen. Das ist euch noch ein kleiner Text von dem Studio Sledgehammer Games. Dann hier die Day Zero Inhalte, wo ich die andere Seite nicht zeigen kann. Und hier die Season Pass Information. Und hier haben wir die Disc. So viel zu Call of Duty. Und jetzt haben wir hier noch Sunset Overdrive, auch diese Day One Edition. Da sind auch noch ein paar Bonus Waffen Club mit dabei. Ja, hier sind diese Bonus Sachen. Das wird ein Code sein. Hier ist Werbung für Halo und hier noch irgendwie eine zweitages Bonus Gold Mitgliedschaft. Und hier haben wir auch die Spiele Disc. Ja, das war jetzt auch schon das kurze Unboxing, ein bisschen besser Unpacking zu den beiden Spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.